hallo ganz herzlich willkommen hier zu meinem ersten primark baby haul das ist praktisch der allererste haul den ich für euch hier hochladen werde und zwar ist es der haul von also dass wir das erste mal praktisch so richtig ausgiebig für unser kleines kindchen ich weiß noch nicht ob jung oder mädchen einkaufen werden und ich hoffe wie gesagt ihr habt da echt bock drauf denn ich habe leider keine wahl mehr ich muss bald geidung kaufen gehen ich bin jetzt momentan in der zwanzigsten schwangerschaftswoche das heißt halbzeit und mir geht es mittlerweile ganz gut also ich habe jetzt naja die kotzerei ist halt immer noch etwas was mich halt wahnsinnig belastet muss aber mittlerweile sagen ich habe es einfach total hingenommen weil ich kann jetzt eh nichts mehr dran ändern das knöpfle ist jetzt unterwegs und jetzt soll es bald ankommen irgendwann ende des jahres im bindungstermin ist der 24.12 da hat mein freund ein super weihnachtsgeschenk hinterlassen und ich möchte euch tatsächlich heute einen primark toll zeigen ich habe schon sehr sehr viel für unser kind also ich habe schon einige schöne overalls und so gekauft unser kind wird ein winter kind ein echtes winter kind wie die mama auch ich habe selber am 20 januar geburtstag gegebenenfalls ist unser kind zwei bis drei wochen bis dahin alt bis jetzt läuft alles sehr unkompliziert außer wie gesagt diese starke kotzerei ich möchte auch nie wieder hören dass das keine arbeit ist schwanger zu sein es ist hammerschwere scheiße ihr macht sehr viel mit euch mit dazu wird es aber separat noch mal videos geben wo ich einfach mit euch ein bisschen darüber schwätze wie es mir so gegangen ist es wird updates demnächst geben zwischen 0 und 12 wochen zwischen 12 und 20 wochen was sich körperlich verändert hat ich ihr kriegt natürlich auch bilder ich habe vorher schon etwas bauch gehabt klar ich bin jetzt auch keine leite leichte pflanze ich habe meine schwangerschaft tatsächlich mit 99,9 kilo bekommen also nur mal hier body shaming und so also ich schäme mich für gar nichts ich habe immer schon ein echt strammes körpergewicht gehabt und das ändert sich jetzt natürlich nicht auch bevor ich halt schwanger wurde ist das halt jetzt nicht zu viel weniger gewesen mein freund mein freund ist zum beispiel auf auf diät also der ist immer auf diät der achtet sehr auf seine ernährung ich bin da jetzt so ein bisschen durch die nachtwache sehr gehemmt gewesen also ich habe tagsüber geschlafen habe teilweise zwei mahlzeiten verpennt und habe mir dann reingeknallt abends was ging und es bleibt natürlich hängen aber ich werde euch das erste mal auf eines unserer wunder wunderschönen video reisen schicken und zwar was wir für unser unser absolutes wunschkind gekauft haben vorab ich bin gar keine verschwenderische mama und ich bin auch keine möchte gerne mama die jetzt hier esprit ois oliver und am besten noch job klamotten für ihr kind kauft die kinder wachsen so schnell ich habe selber neffen und nichte ich kann euch davon ein lied singen meine beste freundin näht zum beispiel für ihre vielen sohn für ihre söhne beides unhorn und unnormal schöne klamotten und ich habe mir das nähen auch angeeignet ich werde sehr viel nähen wenn ich weiß was unser kind werden möchte werde ich anfangen auf unser kind zu nähen aber das geht halt noch nicht weil ich hatte ich weiß was es wird bringt ja nicht viel an rosa klamotten zu nähen wenn es aber kein rosa klamottenträger werden möchte und deswegen haben wir uns entschieden halt natürlich primarkt ist für uns kein laden wo man sich schämen muss zu einzukaufen ich bin wirklich dankbar dass es den gibt weil ich sage euch ehrlich die klamotten bei c&a und h&m sind nicht mehr so billig wie früher bei h&m könnt ihr schöne klamotten kaufen das stimmt aber sie sind nicht billig das habe ich jetzt auch noch nicht also ein h&m baby haul wird es auch mal geben für euch weil es gibt doch tatsächlich sachen die ich zum beispiel so overall sie zeige ich euch gleich die statt mit druckknöpfen mit reißverschüssen sind weil ich glaube dass es einfach sehr praktisch ist wenn man das kind auspackt und nicht ständig 100 knöpfe dazu machen muss und ich zeige auf jeden fall den bezaubernden haul von den sachen die wir jetzt in ganz neutralen farben es sind halt sehr wenig pool lastig weil ich diese optik sehr sehr schön fand ich zeige es euch auch um ich hoffe dass das autofokus endlich funktioniert weil ich habe wieder ja meinen alten hintergrund wie ich jetzt schon ein paar videos erwähnt hatte weil ich mich hier einfach am wohlsten fühle ich auch die face art bilder die also wenn ich zum beispiel etwas abfotografiere einfach am schönsten finde und ich hoffe wie gesagt ihr seid auch auf dieser reise bei mir dabei ich werde nun mal mama das wird sich jetzt wohl hoffentlich nicht mehr vermeiden lassen und so gott will werden wir ein gesundes kind auf die welt bringen ende des jahres werden eine ganz knuddelige familie mit acht vierbeinern einem kind mit noch erst zwei krabbelt und dann zwei bein der einzige vierbeiner der auch mein zweibeiner wird wird dann unser kind sein und ich hoffe wie gesagt dass ihr da sehr viel spaß dran habt und ich zeige euch ja jetzt was ich süßes eingekauft habe dadurch dass es jetzt nicht massiv viele klamotten stücke sind ich habe jetzt schon die die etikette abgeschnitten aber ich weiß eigentlich die preise ziemlich genau was ich für was bezahlt habe ich zeige euch den ersten haul für unser kind praktisch von primarkt weil ich gehe sehr oft mit meiner freundin die ist parallel mit mir schwanger das voll witzig die ist jetzt eine freundin ist jetzt im vierten monat ich bin jetzt schon im fünften und meine freundin ist jetzt praktisch schon im siebten monat das heißt wir kaufen eigentlich parallel sachen ein ich habe jetzt in newborn größe sehr wenig gekauft 62 68 ist die schublade schon voll mit neutralen sachen da kommen jetzt nur noch geschlechtsspezifische klamotten obendrauf die basics wie schlafanzüge strumpfhosen und so das haben wir schon alles da haben wir uns auch keine mühen mühen gescheut kosten schon weil ihr müsst echt gucken was ihr kauft und die erste das erste was ich euch zeige ist ein 3er pack schlaf overalls und zwar richtig bezaubernd und zwar haben wir jetzt mal den schlag den wir jetzt hier haben ist alles in größe 74 und 80 haben aber jetzt nicht so viel gekauft weil das sind eher so schlaf und chill klamotten für daheim und auch so zu oma gehen oder zum opa gehen oder zu sonst jemanden wir haben ja genug leute in der familie und freunden und ich habe ein 3er pack von diesen süßen ich zeige es euch mal von hinten von diesen dingern gezeigt gekauft und zwar haben die unglaublich süß das ist halt also wenn ihr ein kind in der größe halt habt dann ist das halt wirklich schon richtung neun bis zwölf monate am schminne stets da drauf und jemand stück zurück und da habt ihr package hier diese overalls mit diesen bündchen dran und ich zeige euch mal die stoffmuster das sind halt wirklich ganz ganz neutrale muster das sind hier praktisch mit so bärlichen panda bärchen koala bärchen ich liebe diese dinger die sind hier mit so druckknöpfchen also ihr habt so druckknöpfe da kostet ein 3er pack ich zeige euch jetzt auch mal die anderen muster nicht wundern ich schmeiße die klamotten hier in einen wäschekorb weil die nämlich direkt gewaschen werden ich wasche meine gesamte babykleidung mehrfach durch also drei vier mal habe ich jetzt die anderen sachen durch gewaschen ich meine klar man kann noch mal alles davor waschen was ich jetzt nicht so ganz so sinnvoll finde wir haben auch sehr viele gebrauchte klamotten gekriegt die müsst ihr fast gar nicht durch waschen weil die ja schon hundertmal gewaschen worden sind und auf jeden fall das ist jetzt so ein koala beermuss ich könnte euch ja vorstellen wie sowas aussieht ist offen tatsächlich sollte das kind raus wachsen werde ich die beinchen abschneiden also hier schneiden und wird bündchen dran nähen in grau damit noch mal eine ganze ecke halt also mama weiß was sache ist und dann gibt es immer eine etwas grelleren und eine etwas geschlichteren dann liebe ich einfach weiß ich weiß nicht warum ich mag weiße klamotten an kindern weil ich nicht finde dass jedes kind ausnehmen muss wie ein clown oder so und ich mag hat einfach wenn man halt sieht dass es sauber ist und so und man kann die aber heißer waschen und da ist zum beispiel alles weiß bis auf dieses süße panda bärchen und wie gesagt die beinchen sind wieder so gerade wenn die krabbeln und so dass sie nicht so ganz so krass ausrutschen und auf jeden fall richtig richtig süß drei stück kosten 11 euro finde ich jetzt nicht so viel geld und dann noch eins einfach schlicht und gestreift ich finde es ist auch vollkommen scheiß egal ob ihr jungs und mädchen bekommt hauptsache sie sind fit und gesund machen das was sie tun sollen oder eben nicht und einfach dass die klamotten schön weich sind die sind aus aus baumwolle dass da nicht so viel synthetik scheiß dabei ist ich habe auch noch vor einen lidl hall zu machen und zwar wenn der nächste lidl ding kommt wo es babysachen gibt wird es bei mir auch ein lidl hall geben weil ich so begeistert bin von den klamotten meine beste freundin hat ganz ganz viel von lidl gekauft und die haben auch so so tolle sachen wie gesagt ärmchen immer offen ich weiß nicht ob es so nötig ist kindern diese nagelschutz hüllen wie heißt das diese kratz schutz dinge da anzuziehen weil wenn ihr danach guckt dass die nägel immer schön weich gefeilt sind und rund können die sich auch die gesichter nicht kratzen und wenn shit happens würde ich mal sagen ja dann habe ich eine unglaublich süße kuschel decke gekauft weil wir ein winterkind bekommen ist die auch ein bisschen gefüttert die kostet tatsächlich nur lächerliche acht euro ganz ganz tolle krabbel decken könnt ihr auch finden bei kick die kosten auch nur acht neun euro und das ist eine mit winnie puh drauf ich liebe winnie puh ich habe sehr sehr viel damals als kind auch davon gehabt und die qualität bei primark ist wirklich in ordnung also ihr könnt wirklich nichts sagen für das geld wie gesagt ich bin als eines von den frauen also ich könnte auch teuer kaufen natürlich wir haben auch für dieses wunschkind natürlich geld da aber ich finde einfach wenn ihr als mütter die sehnsucht nach etwas habt und wenn ihr meist für 100 euro in euro wollt gönnt euch das einfach weil ihr werdet dieses wunder mit diesem kind nur einmal erleben und wir wissen natürlich nicht auf ein zweites wollen also bis jetzt ist der plan eigentlich nicht weil wir gerne eigentum möchten und wegziehen möchten also möchte nicht ewig hier bleiben und wenn doch dann ehrlich gesagt auch reisen das war uns immer schon ein großes anliegen und wir haben auch einfach hier nicht so den platz das ist eine ganz ganz tolle kuschelige weiche decke die wird das wird auch alles dreimal durchgewaschen dann ist das halt richtig richtig süß so und jetzt kommen die teile wo ich bald einen schreikrampf gekriegt habe ich habe einen Winniepoo der ist offen der ist so zauberhaft leute sogar das bündchen seht ihr das das bündchen hat auch Winniepoo Muster drauf und ich finde das einfach sowas von zauberhaft wirklich ich hoffe dass es zoomt doch und dann habe ich hier ich habe jetzt tatsächlich mal das etikett dran gelassen der zweiteiler hat kostet 13 euro was ich total super findet ihr könntet sogar was ich auch nicht schlecht finde die dinger hier behalten weil nämlich genau die größe drüber steht könnt ihr ein bisschen sortieren zu hause ist sogar sinnvoll finde ich und zwar haben wir hier einen eine latzhose was ich komplett geil finde das habe ich echt nicht erwartet ist dass das innere von der latzhose mit so einer art landkarte von Winniepoo seht ihr das also sowas süßes das geht bis auf die hälfte etwa ja und es ist wirklich egal ob es jung oder mädchen wird das ding wird angezogen ob es will oder nicht das ist ein super schlichter super weicher stoff was halt cool ist ist dass ihr unten praktisch den ganzen schritt öffnen können zum bindeln wechseln das ist halt nicht alles was euch gefällt ist das was als mama praktisch ist das habe ich mir jetzt sofort eingetrichtert wie gesagt und das ist ein zauberhafter absolut süßes ding und was ich halt sehr schön bei primarkt finde ist dass da wirklich alle drei bis vier wochen tolle tolle muster rauskommen mein hunde haben sich gerade bewegt tolle muster rauskommen wo ihr wirklich ihr habt immer junge mädchen und ich zeige euch mal hier war es drei bilder das sind gerade bambi kollektion dinger ja vom primarkt für mädchen und ich hoffe so krass sehr dass wir mädchen kriegen weil die dinger werden auf jeden fall bei uns einziehen weil ich finde den zauberhaft süß und auch für das geld also sie sind nicht sie sind mittlerweile ähnlich teuer wie bei c&a nur die muster sind halt einfach diese disney und das zahlt ja richtig viel geld sonst und dann haben wir hier nochmal dieses tigger ia und das ist halt so so zart gezeichnet dass es einfach so so wunderschön und weiß ich nicht sehr besonders aussieht und wie gesagt das wasche ich jetzt alles durch dann haben wir nochmal einen schlafeinteiler und zwar ist das einer mit füßle unten dran das ding hat jetzt gekostet 10 euro das ist eigentlich so der standardpreis den ihr eigentlich habt bei den meisten sachen da sind mützchen dabei die finde ich super weil ich habe persönlich so ich habe schon einige mützen muss ich sagen aber ich habe jetzt nicht so hammerhart viele mützen ich ziehe natürlich zieht ihr diese sachen nicht unbedingt an wenn ihr jetzt die kinder ins bett legt die sollen das brauchen die jetzt nicht aber wenn ihr dieses einteiler ding das könnt ihr problemlos dem kind doch anziehen wenn es zu oma und opa zu besuch geht das ist ja wirklich vollkommen wurst weil süß sind die ja immer für mich wäre das jetzt eher so ein home anzug ja wo ich sage okay im winter ich werde hier im winter auch nicht mehr so hardcore heizen weil es einfach schlecht fürs kind das war deshalb ein bisschen schwierig auf jeden fall ist das so ein bisschen so ein satanstoff so richtig samtig und auch mega süß auch mit so einem zipper außen mit so mit so drückknöpfchen und dazu halt wie gesagt eine passende mütze bei primark gibt es ganz ganz viele mützen immer zu den geschenkchen geschenk setz dazu und ich habe jetzt auch zwei sind es zwei outfits ja zweimal starter set die ich euch sehr ans herz legen möchte und zwar ich finde das preis-leistungs-verhältnis hammerhart ich guck mal ich gehe mal ein bisschen zurück und zwar habt ihr hier einen kompletten starter set das fängt hier an das ganze teil kostet glaube ich ich habe es in der größe 74 gekauft weil wir ja nicht wissen wie groß das kind wird finde ich das super cool ihr habt hier eine ganz schlichte zipfel mütze ihr habt ein letztchen oder ein bib also praktisch so ein spucktuch dann habt ihr hier einen super schönen body in kurzarm da drunter habt ihr einen so so goldigen schaut mal mit so pandas drauf das ist jetzt so ein panda set im prinzip auf der anderen seite habt ihr eine strickjacke die ihr natürlich auch über das schlafding drüber ziehen könnt und so weiter und habt einfach eine schlicht stinknormale krabbelerhose stoffhose und alles in der größe 74 leute ich fand das so süß wie gesagt ich habe ich zeige euch mal die einzelnen teile gleich wenn ich alles in der stange habe also hier habt ihr zum beispiel die jacke also es ist einfach so dass ich sag mal so eine geisha jacke das ist so eine überkreuzjacke die zieht ihr dem kind einfach an ja hier habt ihr praktisch noch ein bisschen andere knöpfchen und die könnt ihr einfach drüber ziehen die könnte auch als cardigan benutzen dann wie gesagt ich sammle diese immer separat so die sammeln ich immer separat die habe ich eine extra schublade für das sind diese tücher leer also sind total süß also mit so träumchen also es sind auch sehr schlafs lastige sachen dann habt ihr wieder ein kleines zipfelmützchen was schon echt groß aussieht aber ihr müsst auf mich bedenken das soll ja auch zwischen ein halbes jahr und neun monate sein dann haben wir hier noch wie gesagt den kurzarm body ich habe aber auch schon jede menge langarm bodys da aber ich meine für zu hause leute ihr habt keine arschkalte wohnung ihr seid ja nicht mehr in der höhle oder zu hause oder so also auf jeden fall ist das so ein ganz schlichter body mir ist das auch egal das sind sind immer drei druckknöpfle unten und dann haben wir hier noch den schlafanzug den finde ich zauberhaft das ist halt wie gesagt bei primark immer mit druckknöpfle da könnte auch eigentlich ganz gut windeln wechseln hier so ein komplettes set aber total süß ich finde das auch sehr schön das sind halt wirklich tolle geschenke sage ich euch tolle geschenke wenn ihr so ein kind in einer freundin freundeskreis erwartet ihr braucht euch nicht so viele gedanken machen kinder werden eh groß und ich finde es halt toll dass es da ein tages outfit gibt die passenden tücher das passende unterteil dazu ist richtig schön und dann einfach eine ganz softe weite hose und das letzte teil was ich hier noch habe das zeige ich euch auch das ist im prinzip auch so ein starter set aber von mit dem winnie pooh muster was ich euch vorher gezeigt habe davor zeige ich euch mal was die die sammle ich auch unnormal dadurch dass ich ja nicht weiß ob es junge oder mädchen wird habe ich halt bei meiner besten freundin mir so ein bisschen abgeguckt was man halt so sinnvollerweise hat mulltücher und so und ihr kleiner der tut gerade spukulieren der hat ganz ganz arg viel sputum gerade weil er hat ganz zahnt und ich habe hier so wunder wunderschöne bipptücher das sind praktisch so dreieckstücher mit mit so einem mit so einem druckknopf und das macht ihr einfach dem kind hier unten drunter das ist jetzt nicht so ein letztchen wie fürs essen sondern das sind praktisch diese dinger die ihr benutzt wenn die kinder halt stark zahnen anfangen das geht ja manchmal schon mit drei monaten los und das sind einfach zauberhafte muster und dadurch dass ich halt schlafanzüge und ähnliche sachen in kombi habe könnt ihr halt auch einfach mal ein winnie pooh outfit draus machen das ist mega süß und habe auch wieder so eins gefunden mit diesem ganz zarten landkartenstil fand ich auch sehr sehr hübsch und das ist jetzt nochmal das letzte teil was ich habe und da fand ich die mütze so geil und zwar ist das ja auch wieder so ein set ja und zwar habe ich gekauft einmal dieses set da ist auch wieder so ein süßes mütze dabei und zwar wie süß ist das bitte das ist auch wieder in diesem landkartenstil und ich muss euch ehrlich sagen ich bin einfach so verliebt in dieses muster mir wäre es auch wie gesagt das ist total wurscht jung oder mädchen was halt echt einfacher ist ihr könnt blau auch ein mädchen anziehen ihr macht dann einfach eine schleife oben drauf oder irgendwas nettes und die mädels sehen auch total süß aus aber ich fand die mütze zauberhaft ich habe jetzt praktisch vier mützen einfach in outfits dabei und werde mir jetzt extra wind hintermützen jetzt nicht unbedingt kaufen und dann haben wir hier noch diese hängerle dann habe ich hier nochmal so ein 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 ich würde jetzt sagen das ist auch so ein spucki tuch da auch total süß das set hat jetzt gekostet 13 euro das panda bear set davor hat 15 gekostet aber leute ihr habt wirklich im prinzip für den ganzen tag outfits daran hängen also wenn ihr da einen panda tag draus macht könnt ihr auf jeden fall machen dann habe ich nochmal so einen und zwar hatte ich ja jetzt vorhand schon mal ein ich hätte die gern einzeln gehabt weil das wäre ja so süß eine packung davon auf jeden fall ist es auch wieder so ein overall ich glaube sogar dass diese bodys total das kleidungsstück für kinder überhaupt sind und was ich auch sehr sehr zauberhaft fand war dieser beige ne ganz ganz süße ich muss sagen die qualität vom primark ist richtig toll allerdings habe ich von freunden gehört dass die kleidergrößen sehr variieren also total unterschiedlich sind also kauft lieber ein bisschen größer wie gesagt ich habe als newborn fast gar nichts ich werde meine beste freundin fragen ob sie mir das newborn outfit praktisch nähen möchte das hat sie aber eigentlich schon gesagt sie fragt ja auch schon die ganze zeit was es werden möchte und den könnt ihr hier zum beispiel wirklich bis auf den fuß aufmachen und praktisch alles so schön wieder verpacken ich finde die ausreichend warm zu warm soll meiner kinder sowieso nicht einpacken aber das werde ich dann halt sehen wie frostelig unser zwerg wird ich denke eigentlich wenn alles gesund ist und gut dran ist schlafen die kinder wirklich in allem sogar mit dem body oder oder an der pampers das ist denen scheißegal meine freundin ihre babys haben jetzt alle in pampers geschlafen ihr zweieinhalbjähriger und der fünf monate alte sohn weil es einfach im sommer so heiß gewesen ist vor zwei drei wochen war es ja wohl kacke heiß hier mit 40 grad und so da kann kein kind so ein ding anziehen da schwitzt sich ja tot also wie gesagt das ist der erste baby haul vom primark ich habe natürlich noch mehr sachen wenn ihr interesse habt kann ich euch sehr sehr gerne wenn praktisch auch mal die wickelkommode mal darüber gewandert ist beziehungsweise die kommode umfunktionierte wickelkommode praktisch andersrum dann zeige ich euch sehr sehr gerne den inhalt der anderen sachen wie gesagt ich bin nicht so der farbenfrohe mensch ich habe zum beispiel fürs kind sehr viel spielzeug in farbe gekauft und auch viel schwarz weiß weil kinder am anfang sehr kontrastreich mögen also schwarz und weiß sehen sie halt am besten deswegen fand ich diese panda musste auch sehr süß und ich orientiere mich halt an so ein bisschen simplen sachen also ich gebe mehr geld zum beispiel habe ich habe jetzt sehr sehr teure strumpfhosen gekauft die haben 15 euro das stück gekostet habe jetzt vier strumpfhosen gekauft weil weil die strumpfhosen halt von der qualität her so so geil sind dass ich gesagt habe so ein langarm body und eine strumpfhose und mein kind ist schon angezogen setzt da noch eine schöne jacke drauf ich habe sehr schöne jacke mit meinem freund gekauft habe jetzt eigentlich von jeder größe mal eine festere jacke für die maxi cosi und wie gesagt ich wasche die sachen durch räume die dann in den schranken dann bleiben die auch der schrank ist auch immer zu da kommen keine katzenhaare und nichts dran wir machen uns allgemein nicht sehr viele sorgen mit den katzen also ihr habt eine aufgabe ihr seid ja auch daheim und wenn euer kind mittag schlaf hält und die katzen liegen in ihrem kratzbaum halt ein paar meter weiter euer kind wird nicht daran sterben das ist definitiv so die katzen lernen auch den umgang mit katze der nuki ist auch so ein zwerg da muss man auch die katzen sehr disziplinieren das haben die sehr sehr schnell gelernt dass dieses ding halt nicht so resistent ist wie der eli und wir werden da sehr viel zeit mit investieren dass da halt alles sehr sicher und gut abläuft aber wie gesagt das war mein erster primark baby haul ich hoffe das hat euch spaß gemacht ich werde nicht ein paar tage jetzt versetzt werde ich euch eine mama haul hochladen und zwar möchte ich euch mal zeigen welche unterwäsche ich tatsächlich kaufe welche ich tatsächlich auch benutze und euch ein bisschen verlinken was ich halt so gut fand ich habe einen mama primark haul ich habe nämlich einige sachen bei primark gekauft und werde euch so ein bisschen erzählen so die letzten tage wochen wie ich mich halt gekleidet habe weil es halt oft nicht anders geht dass ihr einfach mehr platz braucht nicht nur dass der bauch wächst aber einfach euer gefühl zu euch selber ich meine ich mag das immer schon ich mag das gar nicht so eng angezogen zu sein aber ich finde das sollte man auch nicht wenn man einfach mollig ist sollte man sich der figur entsprechend anziehen also nicht nicht sack mäßig aber einfach schön angezogen sportlich vielleicht eine leggings mit einem schönen tunika oben drauf und wie gesagt ich zeige euch sehr sehr gerne dann was ich einfach im primark gefunden habe weil das ist auch einfach ein einkaufszentrum wo viele leute einkaufen und zeige euch mal was ich für unterwäsche dort gefunden habe und oberteile dies gerade aktuell gibt und ich habe euch wahnsinnig gerne mein leben passt auf euch auf passt auf eure kinder auf genießt die zeit so lange es ist ich genieße es gerade immer mehr schwanger zu sein weil ich spüre halt schon den herzschlag durch die wand ich spüre wenn es hin und her rutscht und das ist einfach nicht so unglaublich emotionale und schöne zeit die man so schnell glaube ich nicht mehr wieder bekommt und ich finde man sollte das aufsaugen wie einen duft den man liebt und einfach das auch sehr zelebriert dass man schwanger ist es gibt da draußen viel zu viele frauen die sich von herzen wünschen ein kind zu bekommen die sich immer gewünscht haben ein kind zu bekommen man sollte auch niemals arrogant sein mit dem glück das man unter seinem herzen trägt ich finde das unglaublich furchtbar wenn leute sagen ja ich wünschte dass du keine kinder bekommst und das ist ja also das ist so ich habe das jetzt schon alles mitbekommen ja dass das man sagt ja sei dankbarer dass du schwanger bist und so also ich glaube es gibt niemand dankbares wie man selber wenn man halt dann kinder haben möchte und man ich habe jetzt im ersten zyklus eins bekommen eins geschenkt bekommen von meinem man ja und vom lieben herrn gott der die hand über uns gehalten hat und ich bin einfach dankbar dafür bis jetzt läuft alles gut es nervt mich derart dass ich immer noch am kotzen bin 20 schwangerschaft hallo schwangerschaftswoche und immer noch ich mache jetzt einfach weiter wie gesagt passt doch eure zähne auf denn wer spuckt muss sehr viel zähne putzen und sehr viel mundspülung benutzen sonst ist es nix ich gehe jetzt auch demnächst zum zahnarzt checken wir das ab ob da alles in ordnung ist und wir sehen uns auf jeden fall bald bald wieder meine schätze ich bin jetzt wieder zweimal die woche freitag und sonntag für euch da samstag mache ich dann immer so ein videotag das ist ein sehr guter tag muss ich sagen weil samstag ich meistens vormittags nichts vor habe mein mann ist dann daheim der guckt dann nach den hunden und so und dann habe ich meine ruhe und ich bin jetzt auf jeden fall meinem alten setup wieder da und ich habe euch so so lieb meine lieben und nicht vergessen zu abonnieren und dieses video zu liken wenn ihr super super spaß dran hattet und es kommen auf jeden fall demnächst auch meine ganzen schwangerschaftsupdates da lasst euch sehr sehr überraschen ich habe mir sehr viel zeit genommen sehr viel über mich zu sprechen sehr viel über das wie ich mich gefühlt habe welche meine ängste meine sorgen die hat man unwillkürlich einfach in derartiger menge das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und ich möchte damit ganz ehrlich mit euch sprechen und es wird hier in keiner weise kein weise ein kind missbraucht bevor es geboren ist um euch die publicity zu bekommen ich habe selber sehr gerne schwangerschaftsupdates videos gesehen die mir sehr viel mut gemacht haben auch still videos sind richtig krass teilweise emotional muss sagen wenn da jemand spricht dass im fünf marsche die nippel abgefallen sind und dabei weinen muss das ist eine unglaubliche respektsaufgabe die sie für euch oder für da draußen für jede mutter die die parkgeschichte interessiert auch ich zum beispiel das ist wahnsinnig anstrengend über seine sachen zu sprechen auch über sexualität in der schwangerschaft zum beispiel das sind alles themen die ich sehr wichtig finde und einfach ich auch keinen bock habe dass ich das verstecke oder so weil dieses kind ist bestimmt nicht durch fremdbesamung durch der heilige geist entstanden ja ich glaube einfach dass man da halt bisschen offener werden sollte ich gucke zum beispiel unglaublich gern instagram sarah kulka an die ist ja so eine richtige vorreiterin in deutschland was die stillbewegung angeht und ich wünsche mir so sehr stellen zu können natürlich weil es für mich auch sehr praktisch ist meine beste freundin stellt zum beispiel voll ihren sohn und das ist so toll dass ihr lauft rum einfach klack und zack habt ihr das kind beim essen und ich bin halt so mensch mir ist das eh scheißegal was andere leute denken ob jemand denkt dass hier ein kind publicity macht um irgendwelche klicks und likes zu bekommen die habe ich auch mit anderen videos schon bekommen gehabt ich habe auch likes bekommen für videos wo ich nur make-up gezeigt habe ich möchte nicht mehr videos nur weil es um mein kind und die klamotten dessen mein kind glaube ich nicht dass ich es zeigen werde also ich denke einfach dass es sehr privat bleibt auf instagram wird es bestimmt mal hier und da ein bild geben wo ich mit den kindern zu sehen also mit einem kind zu sehen sein werde aber jetzt im video würde ich jetzt nicht hinhalten oder so und sagen ey guck mal meinen sohn oder so das werde ich einfach dann entscheiden mit meinem freund zusammen ich denke das ist die richtige plattform um praktisch leute zu erreichen vielleicht haben auch leute von euch angst vielleicht seid ihr euch auch gar nicht sicher wie ist die qualität von den primark sachen schreibt mir gerne mal drunter was jetzt zum beispiel verschiedene läden sehr gut waren h&m c&a und all die ganzen star und schreibt mir da gerne drunter mich sehr sehr dankbar für und wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video wieder meine lieben